Hallo, jetzt willkommen zurück zu Let's Play Elder Scrolls Online, Firesong DL.C. Ich stehe auch schon so weit berat. Die Insel Garlin ist erstmal freigeschaltet worden, ich habe auch geguckt, wo sie schon ist. Wird von Meereselfenräubern und droidischen Unruhen bedroht. Die Liga der Standhaften sucht nach Abenteuern, die in den Haus Mormath behilflich sind, Garlin zu verteidigen. Meldet euch bei Fürst Bar Karo Wohllos in der Stadt Vostur, falls ihr mutig genug seid, euch der Aufgabe anzunehmen. Und da unten steckt genau das gleiche. Ein Meer voller Ärger. Die Insel Garlin ist genau nördlich von hier. Und zwar da. Und offenbar sollen wir jetzt nach Vostür. So ein Zufall, ich stehe genau neben einem Weg schreien. Sparen wir Zeit. Errungenschaft freigeschaltet. So, das ist der erste Tag, wo es raus ist. Deswegen ist es hier wahrscheinlich sehr voll. Und ja, ist so, ne? Das Gute ist, ich weiß nicht, wir werden mit dem ersten Teil ja nicht so schnell durch sein. Und ja, das ist super, das kann man ausblenden. Das ist klasse. So, kurze Unterbrechung. Geht weiter. So, es ist ja voll. Von daher ist ja egal. In ein paar Tagen. Ich glaube nicht, dass ich das so schnell durch habe. Das ganze Spiel hier. Von daher. Passt schon. Heißt das. So, ich meine Chat mal hier weg. Das stört mich ungemein. So, mal gucken. Gucken wir uns mal die Geschichte an. Was Tür entdeckt. Und wir hatten ja mal einen Prolog. Der vor ein paar Tagen rauskam bei mir. Im Video. Zu Feiersong. Die. Namen habe ich vergessen. Die mit ganz komischem Deutsch umherkam. Die Sess und Zen geschrieben hat. So, und nicht anders. Wegschreit drin. Wegschreit draußen. Naja. Diese Meereselfenpiraten werden jeden Tag unverschämter. Den Wegschreit von... Da unternimmt Haus Monadin endlich etwas. Also, Haus Defoe hatte auf Hochinseln nie solche Probleme. Nun, so ganz stimmt das nicht. Denkt an diese Vorfälle mit dem Orden der Emporstrebenden. Tür entdeckt. Das ist ja mal sehr... Ich weiß nicht, das MMO-Feeling kommt hier in dem Spiel nicht auf. Oh, die Stimme ist aber auch geil, Dad. Die Stimme ist ja uralt geworden. Ich muss andersrum. Wie sieht es denn, wenn es technisch ist? Ja, schon ziemlich kritisch. Das ist eine Bank, naja. Ich bin kein Freund, wenn das überlastet ist, ja. Aber, was soll's. Dann muss ich es ja nicht am Release-Tag spielen. Vielleicht hätte ich es ja nur nicht spielen sollen. Hm. Egal. Dann muss ich jetzt durch. Neues Buch entdeckt. Nein, doch nicht. Ich weiß, dass ich... Ich weiß auch. Äh... Habe ich irgendwas mit Kronen dran? Ups. Äh... Keine Ahnung, was ich eingelagt hab. Ist ja auch egal. Ich glaube, das waren die Sehenscherben. Aber die sind nicht ganz so... Wichtig. Vielleicht finden wir da noch ein oder zwei. So, das sieht gut aus. Ja, dann können wir da noch. Gibt bestimmt die meisten... Viele Leute, die jetzt hier einfach durchrennen. Das ist schade. Ich glaube, ich bin hier richtig. Ist das neue Musik? Das ist das gleiche Orchester. Oh Mann. Es ist eine neue Komposition. Es passt wahrscheinlich auch... Ja, es passt so... Oder so hierzu. Übrigens tolles Bild. Direkt. Mal warten, bis die apokalyptischen Reiter durch sind. Oder aus dem Bild. So. Machen wir es so. Wo soll ich eigentlich hin? Ich soll nicht da in die Stadt. Das Spiel hat doch gerade gesagt, die soll in die Stadt. Komisch. Warum ist sie rechts, aber auf der Karte links? Hä? Mal gucken, ob das steht. Weiß nicht, ob die... Das Entwicklerstudio, die ein Stamorchester haben. Ob sie da ein Orchester abonniert haben oder sowas. Ich weiß ja nicht, wie da die Zusammenarbeit ist. Aber da kommen irgendwie selten neue Klänge. Ich höre auch immer dieses gleiche... Das ist immer der gleiche. Die Standhaften sind hier, um jenen zu helfen, die unter den Angriffen der Meereselfen leiden. Ich kann euch keine Ritter zur Seite stellen. Dann müssen wir uns selbst um die Meereselfen kümmern. Ich weiß nicht, was die Droiden aufhält. Ihr vertraut zu sehr auf diese Bettler in Efeu-Roben, Stefan. Das Gewackel geht mir auf den Sack. Tolle Farben habt ihr. Kohle Rüstung. Wenn das nicht, Fürstin Arabells talentierte Unterstützung ist. Ich hätte mir denken können, dass Galens Widrigkeiten euch herlocken würden. Was kann ich für euch tun, mein Freund? Ich habe eine Hesse in Frage der Liga der Standhaften halten. Sehr gut. Seht euch um, mein Freund. Wie ihr sicherlich gut erkennen könnt, sorgen die Kämpfer auf Galen für unendlich viel Leid. Und viele der Opfer sind einfache Bauern und Dorfbewohner und keine Soldaten. Verdammt seien diese Meereselfen-Piraten. Das ist alles wegen der Meereselfen. In weiten Teilen. Es gab auch ein paar andere Zwischenfälle unter den Druiden-Zirkeln. Doch die Meereselfen sind auf jeden Fall die größte Bedrohung. Sprecht mit Sir Stefan Mornar. Ich bin mir sicher, er wird euer offensichtliches Talent zu nutzen wissen. Der junge Sir Stefan ist dort drüben bei seinem Vater Graf Mornar. Sie werden gern jede Hilfe annehmen, die ihr zu leisten bereit seid. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, die Arbeit der Liga der Standhaften ist nie getan. Was macht die denn? Die Mornars sind sozusagen Nachbarn. Graf Leonar gab mir Bescheid, dass Galen Schwierigkeiten mit Meereselfen hat. Ich habe viele Verantwortlichkeiten auf Hochinsel. Aber trotzdem, ich musste einem alten Freund helfen. Was ist denn mit den Friedensfeindlungen auf Hochinsel? Ich versuche an zwei Orten zugleich zu sein, so gut ich kann. Dazu gehören viele Reisen zwischen Bastür und Gonfalon. Zum Glück kann ich darauf vertrauen, dass Fürstin Arabelle sich um die Anführer der Allianzen kümmert, solange ich abwesend bin. Alles klar, da steht er doch. Wohl an, Abenteurer. Falls ihr nach Arbeit sucht, so kann ich jede Hilfe brauchen, die ich kriegen kann. Meereselfenüberfälle sind nichts Neues auf Galen. Doch sie haben noch nie in solcher Zahl angegriffen. Die ganze südwestliche Küste wird belagert. Was wollen die denn? Ich bin mir nicht sicher. Die meisten Meereselfen sind Piraten. Sie haben es für gewöhnlich auf leichte Beute abgesehen. Doch diese Grauensegel sind entschlossener als jeder andere Maorma, den ich je gesehen habe. Was auch immer ihr Ziel ist, wir müssen sie zurückdrängen. Was soll ich für euch tun? Gebt mir eure Karte. Ich habe Berichte über Grauensegel bei der Windhangfeste, dem Dorf Thuin und an der Sonnenkluftbuchter halten. Ihr müsst für mich diesen Sichtungen nachgehen und die Meereselfen vertreiben, die ihr dort findet. Lasst sie wissen, dass Galen sich nicht kampflos ergeben wird. Seid ihr bereit für einen Kampf? Nicht so bereit, wie es mir lieb wäre, mein Freund. Wir haben nicht genügend Dritte, um die ganze Insel zu beschützen. Doch ich brauche Informationen sogar noch dringender, als ich Soldaten brauche. Findet heraus, was die Grauensegel wirklich wollen, wenn ihr könnt. Und wo sie als nächstes zuschlagen wollen. Geht ihr los? Alle drei Orte, die ihr für mich untersuchen müsst, liegen im Osten. Vertreibt die Meereselfen, die ihr an der Feste und im Dorf vorfindet. Und versucht herauszufinden, was sie an der Bucht vorhaben. Meldet euch wieder bei mir in Wasthür, sobald ihr fertig seid. Ah, Mist, ich habe einen Overlay-Moment. Erzählt mir von den Orten, die angegriffen werden. Die Zeit drängt, doch es ist klug, mehr über die Situation herauszufinden, in die ihr gestolpert seid. Welcher Ort interessiert euch? Ja, Windfangfeste. Äh, ja, Truiendorf. Aber wir haben schon eine Weile nichts mehr von ihnen gehört. Gibt es noch Fragen? Warum ist die Bucht wichtig? Hallo. Bis heute hätte ich die Sonnenkluftbucht für unwichtig gehalten. Sie ist ein durchaus malerischer Ort, doch es gibt wirklich bessere Stellen für eine Anlandung der Grauensegel. Ich habe keine Ahnung, was die Meereselfen dort wollen. Ist das alles? Welcher der drei Orte soll ich zuerst besuchen? Das überlasse ich euch. Mit etwas Glück findet ihr Verbündete an der Feste oder im Dorf. Doch was ihr auch tut, tut es schnell. Wenn wir uns der Meereselfen-Bedrohung nicht jetzt stellen, ist es nur eine Frage der Zeit, bevor sie vor den Mauern von Vastür stehen. Okay, die Feuerwehr nicht stellen. Über die Drohene hat er gerade gesagt. Gott. Warum? Mein Name ist David Alcunior. Ich habe ein Gedächtnis wie ein Goldfisch. Blub, 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 blub. Ich weiß nicht. Ich glaube, der allgemeine IQ aller Gamer ist stark am sinken. Ansonsten würden sie solche wiederholenden Fragen doch nicht einbauen. Man kann sich das doch merken. Okay, Meereselfen haben angegriffen. Toll. Dann gehen wir mal hier lang und folgen quasi diesen Kreis. Das wird das Spiel sowieso. Und er hat ja sowieso hier gestanden. Stand gerade Schweigen da. Ich habe Schwiegertochter gelesen. Was ist denn das für ein abgestürztes Schiff? Ach, das ist kein Vulkan. Das sah für mich aus. Wie ein Raumschiff. Was zum Henker ist denn das? Rifffechter? Ein Magma-Golem kämpft gegen einen Rifffechter. Ja, okay. Interessant. Oh, guck mal. Noch eine Brücke, die nie aufgehen wird. Schade. Im Hauptspiel gab es ja die... Gab es ja auch so eine Brücke. Und man kann hier so eine Linie sehen. Und da war bei mir die Hoffnung... Oh, da segelt noch ein Schiff durch. Aber nein. Die Hoffnung wurde zerstört. Stattdessen ist da ein Bade drunter gefahren, der... vor sich hin gesunken hat. Naja. Ach, und wieder sehen wir den Vulkan nur von hier. Schade. Ich dachte, wir könnten direkt am Vulkan hin oder so. Ist auch wieder etwas, was... nicht geklappt hat. Was ist denn das da? Wo gucke ich denn da gerade drauf? Sieht aus wie diese riesigen Berge aus dem Motocross Madness. Wo du hochfahren kannst mit dem... Motorbike. Und wenn du zu weit gefahren bist, wirst du zurückgeschossen von der Kanone. Mhm. Den alten Monarchhafen entdeckt. Ah, von oben. Huch. Was ist denn das da? Faun? Gegner. Die sehen ja auch so... Die sehen aus, als wären sie aus einem Albtraum entsprungen. Das hat so mediterran... Nein, mein Harry ist ab. Das hat so mediterrane... Klänge jetzt gerade. Da kann man sich vor... fast wie in Italien oder so. Ah, das ist Lava wahrscheinlich, deswegen... Mann. Wölfe kreuzen deinen Weg. Ein schlechtes Zeichen, wenn Wölfe von links nach rechts gehen. Also wenn Spieler hier durchrennen, dann sollen sie auch... und Gegner triggern, dann sollen sie auch die oben bringen. Finde ich. Ist doch nur fair. Gut, das sei denn, du hast Level 1. Gehst dann hier durch. Den Wegschrein der östlichen Ufer entdeckt. Okay, der Entdeckt-Trigger ist ja ziemlich weit weg von dem Punkt. Früher musste ich... Bei anderen musste ich ja richtig rangehen. Ich finde es nicht schlecht. Da muss man halt nicht landen. Die Windtankfeste entdeckt. Ich bin falsch gegangen. Komm, ein Dorf müssen wir noch entledigen, bevor die Folge zu Ende ist. Wird 17 Minuten. Ah, du schaffst es ja nur, mit zwei Leuten zu reden. Hübsch. Da kommt... Da kommen ja noch Folgen. Da kommen ja noch mehr. Wollt ihr eine Stunde angucken? Hey, Seefahrer. Es freut mich, ein freundliches Gesicht zu sehen. Wenn ihr etwas erleben wollt, wir kämpfen hier gegen Meereselfen. Sie haben die Ritter des Hauses Mornar aus dieser Feste verjagt. Doch wenn wir rasch handeln, können wir sie zurückerobern. Es muss richtig schwer sein, zu atmen mit diesem Piercing. Sir Stefan schickt mich. Was schwebt euch vor? Ich habe mehrere Meereselfen Kriegsschiffe voller Verstärkung. Oh, Wichser. Zum Glück sind die Ballisten der Feste unversehrt. Erreicht die Ballisten und haltet diese Schiffe auf. Das wird uns Zeit verschaffen, um die Angreifer abzuwehren, die schon am Ufer sind. Meine Maus hat ihn gekillt. Was werdet ihr tun? Ich werde versuchen, die Ritter zu sammeln und den Verwundeten zu helfen. Wir brauchen sie, um die Feste zu halten, sobald ihr die Verstärkung daran gehindert habt, das Ufer zu erreichen. Trefft mich am Felsufer nördlich der Feste, sobald ihr fertig seid. Haltet euch rechts, sobald ihr in die Feste kommt. Es gibt einen Pfad, der hinunter zum Anleger führt. Dort findet ihr die Ballisten. Ich würde denken, dass die grauen Segel beim ersten Anzeichen von Widerstand fliehen. Sie werden ihre Schiffe nicht gegen Ballistenangriffe aufs Spiel setzen. Erzählen wir mal über die Meereselfen. Die Meereselfen? Ihr habt nicht viel Zeit in diesen Gewässern verbracht, was? Eigentlich heißen sie Maorma, doch niemand nennt sie so. Sie sind blutdürstige Räuber von der großen Insel Pyrandonea. Wir sehen meist nur ein oder zwei Schiffe von ihnen, doch dieses Mal ist es eine ganze Flotte. Eine Flotte? Eine riesige. Sie nennen sich die Grauen Segel. Sie sind ein wilder Haufen von Piraten, die schon einige Zeit Ärger auf dem Archipel machen. Doch niemandem ist aufgefallen, wie groß ihre Flotte ist. Jetzt scheinen sie mehr auf Eroberung als auf Plündereien auszusein. Wer führt sie an? Meeresfürst Narlos. Er rekrutiert Meereselfenkapitäne und bietet ihnen einen Platz in der Flotte der Grauen Segel. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, er versucht ein eigenes Meereselfenkönigreich abseits von Pyrandonea zu gründen. Das könnte unsere derzeitigen Widrigkeiten erklären. Was war das über einen Droidenstreit? Die Droiden des Süstren Archipels sind in drei Zirkel unterteilt. Die Steinlehre, die Arngezeiten und der Feuersang. Meist kommen sie miteinander aus oder ignorieren einander zumindest. In letzter Zeit eher nicht. Ein Feuersang namens Erzdroide Michiel griff den Glenmurielwirt an. Das war im Prolog. Ich weiß, Seefahrer. Ich war dort. Der Feuersang sagt, er wisse nichts über Erzdroide Michiels Reisen und wäre mit seinen Taten nicht einverstanden. Ich glaube das nicht. Die Steinlehre und die Arngezeiten tun das ebenso wenig. Er hat recht, er war dort. Vor allem wir haben mit ihm gesprochen und er hat uns nicht mal mehr erkannt. Was ist mit Fri und Droiden Lauriel? Sind sie hier? Hi. Sie haben Zeit in Glimmerbergsee, einem steinleeren Dorf im Norden, verbracht. Laurel hat auch die Meereselfeneindringlinge ausgekundschaftet. Fri weicht selten von ihrer Seite. Man kann kaum glauben, wie sehr Fri gewachsen ist. Gereift? Ich bin mir unsicher, wie man es beschreiben soll. Eine Frage noch. Warum streiten sich die Droiden-Zirkel gerade? Droiden Laurel meint, es hätte etwas mit einer alten Prophezeiung zu tun. Die Arngezeiten geben den Meereselfen die Schuld und der Feuersang weigert sich, sich überhaupt zu erklären. Also wisst ihr genauso viel wie ich. Okay, was macht ihr hier? Nach unserem letzten gemeinsamen Abenteuer wollte ich mehr tun, um Droiden Laurel bei der Erkundung der droidischen Geschichte zu helfen. Ich kam hierher zurück, um ein paar alte Bücher aufzuschlagen und um ein paar Fragen zu stellen. Galen ist schließlich wie ein zweites Zuhause für mich. Zweites Zuhause für euch. Wisst ihr noch, wie ich ein Schiffsunglück erwähnte, das ein paar Jahre zurückliegt? Als die steinleere Droiden mich retteten und bei sich aufnahmen, mir beibrachten, die Welt anders zu sehen. Das war hier auf Galen. Ich tauschte mein Entermesser für die Magie ein. Doch in letzter Zeit brauchte ich sowohl Klinge als auch Stab. Wie seid ihr dann in den Diensten des Hauses Mornar geglandet? Graf Mornar ließ die Magiergilde wissen, dass er einen Kampfmagier anheuern möchte. Ich war schon hier. Daher schickte die Gilde mich. Nicht das erste Mal, dass ich meine Klinge für Sold verkauft habe oder meinen Stab. Ich berate den Grafen und mache mir nötigenfalls auch die Hände schmutzig.